Herzlich Willkommen zu einer weiteren Behandlung hier bei MAC Aesthetics. Heute dreht sich wieder alles um den Lippenaufbau. Unsere Patientin wurde noch nie unterspritzt und möchte ein natürliches Ergebnis haben und nicht gemacht aussehen. Diesen Wunsch können wir Ihnen natürlich erfüllen und arbeiten hier mit natürlicher Hyaluronsäure und zaubern ihr einen natürlichen Lippenaufbau, so dass es genau zu ihrem Gesicht passt. Jetzt wird die Hyaluronsäure noch einmal verstrichen und dann können wir uns schon mit einem schönen Ergebnis verabschieden und wünschen noch einen schönen Tag.